Yeah, wir kommen zum nächsten Kick heute. Was gibt es Besseres als noch einen langen Training? Einen Low Spin Kick. Das heißt, wir stehen hier da, wir starten langsam, extra Step, extra Step nach vorn. Hier, zweite Hand, wir gehen hier tief, greifen hier durch, kippen hier durch und kommen mit einem High Roundhouse Kick hinterher. Das heißt, ich bin hier aus der Position und 1, 2 und 3. Hey, yeah, wenn ich da stehe, hier und ich bin gleich vorn, vielleicht kommt hier zwei mal los. Und ich komme gleich ran und dann aber schnell weg. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns und sehen uns.